Welche Bedeutung messen Sie grundsätzlich der Bildung bei, um Menschenrechte in Gesellschaft und im demokratischen Bewusstsein der Bürger zu verankern? Wir haben von Natur aus Menschenrechte, aber wir sind nicht von Natur aus menschenrechtsorientiert oder menschenrechtskompetent. Wir müssen die Menschenrechte lernen. Und wenn Sie einen Moment zurückdenken an diese sechs Entwicklungsschritte, die ich da kurz skizziert habe, sehen Sie, wie komplex die Menschenrechte sind, was sich dort für ein internationales Schutzsystem herausgebildet hat. Menschenrechtsbildung ist eine politische Bildung, weil es eben immer auch um Konflikte gibt. Menschenrechte kritisieren ja zumeist die Zustände, wo etwas noch nicht erreicht ist, wo etwas nicht geachtet wird, wo etwas verletzt wird. Und da geht es meistens dann um politische Konflikte. Was wichtig ist, ist eigentlich zunächst einmal die Vision zu verstehen, die Idee. Um was geht es? Es geht um Selbstbestimmung von Menschen, es geht um Gleichberechtigung und es geht um Solidarität. Solidarität zwischen denen, deren Menschenrechte verletzt werden und die, die sie schützen können. Das ist ganz, ganz wichtig. Also, kenne deine eigenen Menschenrechte und verteidige sie. Das ist zu lernen. Der zweite Lernschritt ist, und das ist wahrscheinlich das Allerschwierigste, anerkenne die gleichen Rechte aller anderen Menschen. Der dritte Schritt, versuche denen, die Opfer von Menschenrechtsverletzungen geworden sind, nach deinen Möglichkeiten zu helfen. Kein Märtyrer tun, aber nicht so. Diese drei Sachen klingen alle individuell, seine Rechte kennen, etwas alleine tun. Darum kann es natürlich nicht gehen, Menschenrechte zu verteidigen. Man muss sich wahrscheinlich mit anderen zusammentun, sich für Opfer einsetzen. Man muss sich mit anderen zusammentun. Das sind sozusagen die drei Imperative der Menschenrechtsbildung aus der Sicht jetzt des Bürgers und der Bürgerin. Aber wir haben, das ist vielleicht überraschend für einige, die uns jetzt hier zuhören, wir haben auch Menschenrechtsbildung für die sogenannten Staatsträger, für die Polizei. Das heißt, Menschenrechte ist nicht, Menschenrechtsbildung und Menschenrechtsverantwortung ist ja nicht nur etwas für die Bürger, sondern auch für die, die die Macht haben, die die Macht haben, auch Menschenrechte anderer verletzen zu können. Und hier wäre der Imperativ, achte und schütze die Menschenrechte der Menschen, die auf deinem Territorium sind, gleichermaßen. Und das wären also solche Imperative. Und last but not least, Menschenrechtsbildung gibt es nur in der Mehrzahl. Es gibt nicht die Menschenrechtsbildung. Eine der profiliertesten Unterscheidungen sicherlich die nach den sogenannten verletzlichen Gruppen, also nach den Menschengruppen, die besonders verletzlich sind. Wir haben mittlerweile differenzierte Bildungsangebote für Frauen, also Menschenrechte als Menschenrechte von und für Frauen, Kinderrechte, Minderheitenrechte und die große Herausforderung sind natürlich Flüchtlingsrechte als Menschenrechte. All dies gibt es nur differenziert und Sie können sich vorstellen, dass das, wenn das vielleicht jetzt zukünftige Lehrer und Lehrpersonen hören, dass sie ja davon abgeschreckt sind. Man braucht dafür Zeit. Man braucht dafür eine Befähigung. Man kann nicht einfach sagen, mach mal. Und es reicht auch nicht, wenn man Amnesty International einlädt in die Schulen und sagt, Ach, wir können das gerade nicht, aber ihr könnt vielleicht einen Projekttag machen. Das reicht nicht.